Hallo, Willkommen zu einer neuen Runde! Tidum, wie ich es immer nenne, ja Team Deathmash Tidum, natürlich wieder mit den üblichen Verdächtigen Wir finden keine Spieler, das ist natürlich sehr gut Hallo? Um drei Viertel zwölf war, war MP2 übers... Ah, RUNDOWN! RUNDOWN! Camping! Okay, warte, kommt jetzt auf die Seite drauf an, campen wir uns oben in das Haus rein Nein! Nicht? Ja, okay, Jolan hat nicht WOT! 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 Dann ist halt die Klappe Der Asiate! F*** dich, du scheiß Asiate! Janis, ich hör dich jetzt zweimal Ich weiß WOT! 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 Mal was scheiß Asiate-Mongo mit deiner Schlitz auf! Oh, es geht schon los Nee, bei mir noch nicht Oh, ich verkack das hier sowieso Asiate-Mongo! Ja, Janis, ich in Ordnung Wo sind die? Es ist Team Es ist Team Oh, Leute, hab ich mich ein bisschen nicht schrocken Achso, wir machen TDM, warte Oh, nee, warte, ich stehe Ja, okay Oh, lol, what the f*** Der V3 ist gut Alter Wir haben die Führung verloren Die Führung verloren Hä, unser Führer ist doch da Stopp, Aufklärungsdrohne, kaputt machen Der f***, wo ist die? Ja Drohne down Ready? Mh Kannst du dem Spiel joinen? Nein Nein Alter Fuck Ist ein kleiner Hektiter da oben Feindliche Aufklärungsdrohne gesehen Hey f*** dich, Alter Komm wieder Hallo, wie krass Ist weg Hallo, ich war weg, du Boah Hallo, der Sniper steht mir nicht ohne Spaß Ich brauch was Ich brauch was, wo ich mich umballern kann Dann mach wohl die Klasse, wo du mit rumballern kannst Dann mach wohl die Klasse, wo du mit rumballern kannst Dann mach wohl die Klasse, wo du mit rumballern kannst Skyhage, bitte please Oh, geflasht, aber hammerhart Loll, jetzt werde ich auch noch gemessert, Alter Loll, woher weiß ich ja, dass ich da bin Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Ey, wo... jetzt hat mich das Auto blockiert Ey, wo... jetzt hat mich das Auto blockiert Ach man Krieg, ey, ich bin so schlecht grad, ne Im Team Deathmatch Ja, das ist, weil mir die ganzen Kills geklaut werden Feindliche Vorräte Feindliche Vorräte, da hinten Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Alter, wie viel haben die? Ja, die kriegen die ganze Zeit Kills Der eine Typ hat schon 15 irgendwas Fünfzehn, vier Hallo, Alter Wir werden die ganze Zeit die Kills geklaut, ey Ah, jetzt hab ich grad übelsten Lauf, Alter Ich hab grad vier Leute hintereinander gekillt So, Predator, da sind Wo sind die? Sag, sag mal Ja, jetzt zu spät, hab ich zu spät gesehen Was... was ist das für ein Hacker, Alter? Der macht nur mit zwei Schüssen down Ja, zwei Scharfschützen vielleicht Nein Zwei UMP Alter Ja, sicher Ja, sicher Ja, sicher Mhm Sicher Sicher Ich, sicher Ich, sicher Geht doch Alter Doch nicht Die sind wieder da oben Ich kann mal so ein Scheiß-Kämpfer sein Ich kann mal so ein Scheiß-Kämpfer sein Alter WTF Der springt da rüber Und kühlt mich während dem Springer Ja Komm, streng dich mal an, dann schaffen wir das auch Oh Gott, hab ich gar nicht gesehen Vorräte sind unterwegs Alter Da ist einer, der spawnt immer da, wo wir sind Ja Achtung Feindliche Vorreise Feindliche Area im Anschluss Alter, was haben die denn noch alles? Ja, sicher, Alter Ja, sicher, Alter Aufklärungsdrohne online Nein Oh, den hab ich schön weggefegt Fuck Was hab ich denn? Naja Wut denn? Wut denn? Doch, jetzt kommt Predator Alter Was ist denn das für kleine Cheater? Oh shit, ich bin, ich bin tot Der schnallt mich jetzt gleich ab Alter, 6er Abschuss sogar WTF Hammer geil Nein, jetzt kommt mein Harrier, Alter Oh, schade Ja, der schreibt easy, ja Aber wir hätten noch einen Kill gebraucht, du Vollidiot Der schreibt das mit einer G18, Alter Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wo man so darf Ich hätt' Ich hätt' Also ich hätt' Harrier gehabt Weil ich einfach so Prämium Gibt's doch mal mit Level 7, 29, 12 oder so What? Ja Ja